Rameda stattet jetzt ihren Ford Focus C-Max mit einer Anhängerkupplung aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der abnehmbare Kugelkopf wird von unten nach oben in die Aufnahme gesteckt und verriegelt automatisch. Das System ist mit den beiliegenden Schlüsseln abschließbar. Die maximale Anhängelast beträgt 2436 kg bei einem D-Wert von 10,8 kN. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 75 kg ausgelegt. Im Lieferumfang ist eine 13-polige Steckdose enthalten. Geliefert wird eine vorkonfektionierte Steckdose. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung lässt sich ganz einfach abklappen. Die Blinküberwachung erfolgt über eine Blinkfrequenzerhöhung. Eine Abschaltung der Einparkhilfe erfolgt automatisch. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist keine Fahrzeugkodierung notwendig. Abnehmbare Anhängerkupplungen haben meist keinerlei Einfluss auf die Optik Ihres Fahrzeuges, da diese bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit einer Einparkhilfe sollte man jedoch aus technischen Gründen zu dieser Variante greifen. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage Points in ganz Deutschland liefern.